Oder? Oh mein Gott. Ich bin verwirrt. Ich bin der Tobi. Doppelt hält besser. Jetzt sprechen wir eben nochmal. Ich hab da gerade eben wirklich gesprochen. Ich hab's einfach nicht mitbekommen. Ich hab wahrscheinlich wieder irgendwie was... irgendwelche Geschichten erzählt. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gibt's denn sowas wie springen eigentlich? Steuerung. Grundlegende Steuerung. Sprinten, schlagen. Aufstampfen. Schnelltasten. Muss ich wieder irgendwas wegtele... ...mitten? Nein, total. Sehr gern. Ach, hier ist eine Tür. Ich bin so ein Hirsch. Oh mein Gott. Wie blind bin ich eigentlich? Hoffentlich war da nichts Wichtiges. Ich glaube, ich geh noch einmal kurz zurück. Oh, es läuft weiter. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Soll ich jetzt nochmal zurücklaufen? Nee, komm. Das wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. Was ist denn das da unten? Was macht das da? Klick sich irgendwie ziemlich eklig an. Zero Gravity Sprung. Okay. SRG und Rechtsklick. Ich weiß gar nicht, wohin muss ich denn? Was zum Teufel? Ach, da rüber. Na so. Ah. Okay. Das ist jetzt erst so. Und dann. War es nicht SRG? Jetzt riecht aber ganz so eine Krise hier. Ah. Okay, jetzt stehe ich an der Wand. Jetzt kann ich an der Decke rumlaufen. Das ist natürlich cool. Aber ich würde jetzt eigentlich ganz gern da. Genau so. Okay. Dann mal hier. Gehen wir da rein. Und nur Bärchen. Und jetzt sollte das ja hier so aufgehen. Ende der Schwerelosigkeit. Das ist nett. Das war auch ganz witzig. Schockpad. Das, genau das haben wir gesucht. Gut. Gut. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Schöne. Ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Schon recht. Warum auch immer dieses Ding hier drin liegt. Aber ist okay. Entritt Schwerelosigkeit. Ah, nett. Schön, dass Sie auch hier unterwegs sind, der Drecksviecher. Sie sind so dumm zum Schweben oder was? Nochmal, komm her. Ich will dich jetzt töten. Komm her. Na, na. Scheiße. Da ist er. So. Ich würde sagen, der ist down. Jetzt tippe ich mal da rüber. Hui. Plumps. Und da runter. Springt immer so ein bisschen theatralisch. Aber das kann er gut, der Isaac. Ach, die Theatralik, das ist sein, sein Metier. Hallo? Ende der Schwerelosigkeit. Ein bisschen Vakuum haben wir hier wieder. Hä? Da steht so ein Vieh. Die brauchen scheinbar auch keinen Sauerstoff oder was? Okay, dann beeilen wir uns mal lieber und gucken, dass wir hier wieder in sauerstoffhaltige Bereiche kommen. Alter, jetzt kommt da nochmal so ein Viecher hin. Das ist wieder so ein offener Ranzen. Oh Gott. Nachladen. Da fällst du natürlich mit. Das ist der ganze Spaß wieder zurück. Na, na, na. Geht einmal hierher. Ach, grüß dich. Na, du Stück. Ist das senkrecht soweit? Ist schon wieder einer oder was? Ach, da unten. Na, hab ich doch ein feines Wurf. Ja, hab ich doch ein feines Wurf. Soll ich halt nur noch treffen? Hallo? Ich hab keine Munition mehr mit dem Ding. Das ist nicht verarscht. Na, haben wir. Dann wieder zurück zur... Dann wieder zurück zur normalen Waffe. Das ist ja scheiße, dass die Munition schon leer ist mit der anderen. Okay, mal nachschauen. Ja, aber ist echt nichts mehr da. Fail. Na, ich glaub, das war ein Fehlkauf. Die ist ja echt nicht so cool. So. Werkbank. Wir haben jetzt ja wieder zwei solche... Energieknoten. Das ist die Frage. Oh, geil. Jetzt will ich hier nochmal aufrüsten. Wenn wir das auf jeden Fall brauchen werden. Wir machen echtes hier. Und erhöhen einfach mal unsere Trefferpunkte. Das ist, glaub ich, immer gut. So. Dann halten wir einfach mehr aus. Das ist, glaub ich, praktisch. So. Damit sind wir mal ein bisschen stärker gerüstet. So, da war der Kerl mit der... Was zum Teufel? Was ist denn das? Wir erinnern mich auf jeden Fall stark an Halo. Die Flats, falls ihr sie kennt. Ich will euch nicht wissen, was die mit einem... Machen. Boah, die sind ja auch richtig nervig, die kleinen Viecher. Hammer, wie eklig. Die sind hammermäßig eklig. Ja, bei Halo gibt's auch solche kleinen Viecher. Und bei Singularity, glaub ich, auch so... Sekten oder wie die heißen da. Die muss es, glaub ich, immer geben. In jedem Shooter. In jedem Horrorshooter zumindest. So, dann wollen wir mal diese Barrikade hier wegsprengen. Hä? Was war das für eine komische Explosion? Dann wollen wir mal die Weiche des Käpt'ns suchen. Er hat gemeint... Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden... Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schöpfer! Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Okay, das ist... Das war Nicole, oder? Oh ja. Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ja, hoffentlich lebt sie noch. Ich muss ja sagen, es sieht nicht danach aus. Und hier hat sich irgendwas durch die Wand gefressen, oder was? Okay. Kranker Scheiß. Richtig kranker Scheiß. Hier war es sicher, oder was hast du dir gesagt? Sieht richtig sicher aus, muss ich sagen. Sieht richtig sicher aus. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Munition für die andere Waffe, aber... ...die ist ja auch extrem schnell leer. Deswegen bringt sie es, glaube ich, gerade noch nicht. Ja, gut. In dem Fall bleibt ja nur die Tür hier. Wo wir eh rein müssen. Wut der fuck? Wo? Was? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh ne, wie soll ich nicht solche Viecher? Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Geh weg. Stirb. Boah, wie ich sie hasse. Da ist nochmal eins. Habe ich genau gesehen. Komm her. Lass dich killen. Verrecke, 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 verrecke. Der Wand hochlaufen bringt dir auch nichts. Boah, Alter, wie eklig. Hoffentlich waren das alle. Okay, nochmal Munition für die, für das Impulsgewehr heißt es, glaube ich. Ich glaube, es heißt Impulsgewehr. Schauen wir, hier gibt es doch bestimmt jede Menge Medi-Packs. Oder auch nicht. Hallo? Krankstation, Medi-Packs, nicht so absurd, oder? Ah, hier sind Schränke. Ne, es hat Munition, ist natürlich klar. Na, Gott sei Dank. Gut, dann war ich jetzt schon überall, oder was? Ah, ne, hier. Sauerstoff-Station. Wä, was zum Teufel? Alter. Ich glaube, denen kann man nicht mehr helfen. Aber es ist gut, dass mit, äh, mit Blut immer so sparsam umgegangen wird in diesen Horrorshootern. Oh, Nachladen-Rennplan. So. Ich glaube, das war uns б Untertitelung des ZDF für funk, 2017